Wie erreiche ich als Betriebsrätin, als Betriebsrat eigentlich am besten meine Beschäftigten? Flugblatt, Newsletter, Facebook, Instagram – eh alles wichtig. Aber die gute alte Betriebsversammlung ist immer noch der beste Weg, um an eure Beschäftigten zu kommen. Und das Beste ist, ihr als Betriebsräte bestimmt Zeitpunkt und Ort der Betriebsversammlung. Da kann euch keiner drein quatschen. Und die Beschäftigten haben ja recht darauf, daran teilzunehmen. Ob das dann eine reine Informationsveranstaltung wird, wo ihr eure Arbeit der letzten Jahre präsentiert oder ob das zum Beispiel während Gehaltsverhandlungen eine Veranstaltung ist, wo ihr über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert. Das ist alles möglich. Ihr als Betriebsrat habt ja wirklich viele Möglichkeiten. Und wir als Gewerkschaft GPA unterstützen euch. In den nächsten Tagen werden wir eine E-Mail ausschicken mit allen arbeitsrechtlich relevanten Informationen rund um die Betriebsversammlung. Und wir helfen euch jederzeit mit Rat und Tat. Wendet euch an uns als Gewerkschaft GPA, an eure zuständige Sekretärin, an den zuständigen Sekretär. Wir schaffen das.